Kennt ihr Energievampire? Ich habe sie mal so genannt, weil sie Energie zapfen. Energievampire sind Menschen, mit denen du dich unterhältst und plötzlich merkst du, dass du energetisch ausläufst. Du wirst müde, schlapp und bist erschöpft. Nach dem Gespräch. Energievampire zapfen nicht bewusst die Energie ab, sondern sie sind ständig negativ, meckern über dies und das und sehen hinter jedem Stein eine Kröte. Deswegen mein Tipp, umgibt euch mit Menschen, die gut tun. Denkt mal nach, mit welchen Menschen ihr euch besonders gut fühlt und meidet Energievampire.